zeit für ein tu 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 duel um willkommen auf den katze wir spielen heute wieder eine runde und zwar wollen wir die kampagne weiterspielen und zwar werden wir die kampagne joio 5ds weiterspielen werden beim letzten mal entsprechend eine ex zu unserer vergangenheit gespielt hat heute spielen wir die anlage das überspringen wir jetzt natürlich unser kartendeck so schauen wir mal gegen wie wir spielen müssen heute? Und gegen wem müssen wir spielen? Die Brültaner. Okay. Wir nehmen heute mal Schere. Ach, leider verloren. Schade, schade. Na gut, sind wir Erster oder Zweiter? Was sind wir? Und wir sind... Und trotzdem Erster. Sehr gutes Zeichen. Hat uns immer Glück gebracht. Auch geht's, würde ich sagen. Schauen wir uns kurz unsere Karten an. Du, was haben wir denn? Okay, wir haben DNA-Beratsgrund, schwarzes Loch, Friedensbote, magischen Zylinder und unseren Ritter. Gut, den Ritter können wir einmal mal beschwören. Kriege ich da einen kleinen Boost von 400. Dann möchte ich so auch die magischen Zylinder. Setzen wir mal. Ah, DNA-Operation setzen wir auch mal. Und Friedensbote. Setzen wir auch mal. So. Und Bendenwein zu gucken. Machen wir, was Bould macht. So, Bould, du bist dran. Was nimmst du? Okay, oha, oha. Verzerrt dagegen. Ähm, Wolf hier. Ähm, wir können mal Ja sagen. Und zwar, aktivieren wir DNA-Operation. Und suchen wir unseren Krieger raus. So. Ja, Krieger. Krieger. Wunderbar. Oha, du machst dann Wolf noch stärker. Aber wir haben ja entsprechend magischen Zylinder. Können wir da aktivieren. Zack. 2500, kriegst erstmal Schaden. Bäm, Zeug Bould. Damit hast du nicht gerechnet, ne? So. Okay. Wir haben Flammipatschi. Ja gut. Wir könnten Friedensbote aktivieren. Könnten wir. Wir können ja Monster von 1500 am Meer nicht eingreifen. Ähm, ja komm, aktivieren wir einfach mal. Man kann ja nicht angreifen. Und, äh, wir könnten Flammipatschi, ne, die Bendenwein zu. Flammipatschi sparen wir uns einfach auf. Ist ja auch eine starke Karte. Felix, noch eine Karte verdeckt. Okay, toll. So, was bekommen wir? Hm, die Sprengkugel. Ja, komm, die zahlen mal 100. Packen noch die Sprengkugel hin. Sehr schön. Und Bendenwein dazu. Okay, mal gucken, was Bould noch hat. Hier, wie hieß der? Genau, der genverzerrte Kriegswolf. So hieß er. Genau. Ach, du zerstörst uns die Sprengkugel. Okay, okay. Okay. Der Plünderer. Okay, nicht schlecht. Kugel hier. Ja, wir zahlen nochmal 100. Kein Problem. Und legen nochmal, ja, Kugel hier. Und Bendenweinzug. Wir können ja gleich noch eine Karte extra ziehen. Das ist nicht schlecht. Wir haben ja auch noch Spaß im Loch. Können auch seine ganzen Karten zerstören. Damit rechnet der auch nicht. Kampfspiele. Hm. Das können wir aktivieren. Wir könnten was aktivieren. Ja, aktivieren wir einfach mal. Kugel hier. Zieh eine Karte extra. Oh, unser Klippi Grün. Der auch nicht schlecht. Und, und dann Karatehund. Ja, die Karatehund können wir mal. Na komm, wir legen mal Flambi Patschi. Wir legen mal Flambi Patschi im Angriff. und Bendenweinzug. Und Bendenweinzug. Wenn wir jetzt noch ähm, hier unseren kinetischen Zutaten bekommen würden, dann hat Bui Palo. Ja, vielleicht kriegen wir ihn ja. Ah, okay. Wir zahlen nochmal 100. Und uns noch mit dem magischen Ritter hier im Angriff. Dann kriegen wir erstmal eine Toke drauf. Dann können wir den in die Verteidigungsposition setzen. Und Bendenweinzug. Wir brauchen nur Rindsboote lösen. Den können wir auch angreifen. Der Abfall ist in der Karte. Okay. Uni. Okay. Dexterne Monster 2150. Nicht schlecht. Gut. Wir sagen mal, ja, nochmal ja. Ist kein Problem. Gehen nochmal mit den Verteidigungsmangel Schritten in die Verteidigungsposition. Ja, brauchen wir gar nicht. Wir haben 2000. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Flambi Patschi hat auch einen kleinen Boost bekommen. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Gut. Stimmt ja, wir kriegen ja durch DNA-Operationen, weil ja alle Krieger sind und durch diese Karte kriegen wir einen Boost, weil ja alle Monster, die die Krieger sind, kriegen ja 400 Boost. Und weil wir ja alle auf Krieger gesetzt haben, kriegen ja alle 400 Boost. Das ist alles schlecht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir nochmal Kettenbummerang. Ähm. Und dann könnten wir ja, wir beenden den Anzug. Wir könnten das gleich so machen. brauchen gar nicht ähm, unseren ähm, genetischen Soldaten, sondern wir machen das so, sagen kurz mal, wir werden gleich unsere ganzen Karten geben. Oh, Rakiki, noch besser. Wir sagen einfach nein. So, abfallen jetzt hier Prinzbote, haben wir Rakiki, was noch besser ist. Aktivieren wir Rakiki, zerstellen uns mal die ganzen Karten. Ach, können wir noch eine Kette aktivieren. Machen wir auch mal. Gehen wir noch auf den entsprechenden Ritter hier, den Paktaiischen Magischen Ritter. Können wir auch einen kleinen Boost für Kettenbummerang. Zack. Holen noch unseren Karatehund im Angriff. Da er auch jetzt einen kleinen Boost bekommt, können wir Bult direkt angreifen. Erstmal kommt der Magische Ritter hier, 2500. Fold, Bam. Dann kommt nochmal Flummy Patschi, Zack, 2050 und Karatehund auch nochmal direkt auf die Lebenspunkte. Bam, Bult, und du hast verloren. So konnten wir dich aufhalten. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr bei dir wart. Gebt heute wieder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abdehnen den Kanal, aktiviert, guckt, dass es nicht mehr passt. Würde mich mega freuen und mich mega unterstützen. Würde mich nicht mehr freuen, wenn ihr das nix mehr bei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge. Jojo. Dann bedanke mich erstmal und sag, auf Wiedersehen. Ich hab gesehen, du warst noch nicht auf ihn mit, aber los jetzt.